Bingo! Alle Stationen! Wiederhole! Bingo! Den Bot ablösen! Gefangene den Gefahrs annehmen! Handy-Officer, bringen Sie Atis online! Da sind noch feindliche Schiffe im Luftraum! Wird gemacht, Admiral. Satos-Hoppen richten eine Operationsbasis ein. Gut. Sehen wir uns den Mistkörper an. Er muss verarztet werden. Ich muss gar nichts. Er hat einen Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aron Page, Maschinentechniker im Dienst seit zwei Jahren. SDF Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erden-Narmen. Wie lautet Ihr Name? Commander Akel Menria von der Siedlungsdefensivfront. Wem machen Sie Meldung? Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Arthes-Geschütze erfassen jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Rasch mit ihm. Mars in Eterno. Standhalten, Marines! Gib mir fünf Minuten mit diesem Bastard. Salt. So viele Unschuldige, Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Start bereit, Sir. Na los! Alle Stationen, hier ist SCAR 1-1. Arthes ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole, wir haben die Kontrolle über Arthes. Die Front zieht sich zurück. Radar an Brücke. Lieutenant Sorter und ich brauchen Vögel. Aye, Sir. 3-2 eskortiert sie zu ihrer Position. Bestätigt. Jackal setzen auf, Lieutenant. Das ist unser Schlitten, Nathan. So, weiter geht es mit einer neuen Folge Call of Duty Infinite Warfare. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich ein Dankeschön an all die Leute, die die letzte Folge unterstützt haben. Vielleicht sehen wir demnächst Doppelfolgen. Gut, 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 Admiral. Wir gehen hier schon. Also, wenn die Bewertungen stimmen, wenn das Interesse hoch ist, dann gerne Doppelfolgen. Ich lasse wie immer mit mir darüber reden. Na, Ethan, wie läuft's? Okay, Gebiet gesichert. Ja, Sir. Gib Schubfieber. Mach ich. Und jetzt. Die erste Mission. Holen wir sie uns, Salt. Die erste Mission im Weltall. Dann alle verschütteln Flieger. Die Retribution nimmt die Verfolgung auf, aber wir verlieren an Boden. Müssen die Atmosphäre jetzt verlassen. Eins, zwei bestätigt. Holen wir sie uns. Hier ist die Eclipse. Scars, einrein. Wir gehen rauf. Winkel für Horizontalschub. Volle Kraft. Guten Flug. Okay, wir dürfen selbst lenken. Und Abflug. Bada boom. Eins, eins, guter Schub. Eins, zwei, guter Schub. Eins, drei, guter Schub. Obwohl ich bin eins, eins. Anstieg. Durchbrechen 50.000. Und gleich sind wir oben. Call of Duty Star Wars. Anziehung akzeptabel. Bereithalten für Korrektur. Da wären wir. Schweben. Vektor 10 Stunden, 16 Minuten. Feuer frei. Feuer frei. Siehst du das auch, Raze? Positiv. Wir kriegen Besuch. Nichts wie rein da. Verstanden. Alles Gars. Die nächsten Zerstörer angreifen. Okay, die erste Mission im All. Rakete nähert sich. Raketenbeschuss. Täuschkörper. Sind raus. Sie starten Skater. Trotzdem werden wir hier noch getroffen. Boah, extrem geil, oder? Klar, natürlich was völlig anderes. Ganz anderes Feeling als in anderen CODs. Aber irgendwie gefällt es mir. Ach du Scheiße. Das war einer von unseren, oder? Die Steuerung natürlich mega easy. Total locker. Total angenehm. War aber von COD zu erwarten. Denn das Ganze soll natürlich ziemlich einfach zu handhaben sein. Er schlägt Haken. Er schlägt Haken. Komm schon. Sehr gut. Hier drüben ist der Nächster. Skeletor. Skeletor down. R7 Skeletor Einheit. Noch zwei. Okay, wo sind die letzten beiden? Eine. Er schlägt Haken. Komm schon. Er schlägt Haken. Er schlägt Haken. Mach keinen Scheiß. Okay, die Waffe hier kann überhitzen. Sir, ein SDF-Schiff ist noch aktiv im Einsatzgebiet. Ich bin dran, Jungs. Ich bin dran. Der letzte hier drüben. Sato, direkter Beschuss auf den feindlichen Zerstörer. Sie löst recht. Greif an. Die Kalonen benutzen Reis. Luftverteidigung. Ausschalten. Verstanden. Täuschkörper raus. Wechsel zu den Hauptkalonen. Es macht aber wirklich Laune. Okay, wir können wechseln. Jetzt hier die schweren Geschütze. Geht raus. Haben wir sie. Noch hier drüben. Abwehreinheiten gehen down. Sehr gut. Also wenn der jetzt hier nicht down geht. Sie geht hoch. Komm schon. Wow. Alter, wie heftig. Geil sieht das bitte aus. Alles klar, Leute. Zurück zur Flotte. Ich komme gar nicht zum Reden, weil hier dauernd gesprochen wird. Ich bin eigentlich total nutzlos. Das Spiel moderiert sich hervorragend selbst. Bin dabei. Bin dabei. Wow. Was ist das? Heilige Scheiße. Ich muss mich ein Beschuss auf diesen Superträger konzentrieren. Oh Scheiße. Der 6 ist getroffen. Der 6 ist abgeschossen. Verstanden. Ethan, du fliegst. Ich schieße. Heizer. Raider, ich visiere die Brücke an. Beschäftige du die Geschütze. Hier spricht Admiral Salenkopf von der Rüebus Mons. Ihr seid besiegt. Frucht ist keine Schande. Gegenmaßnahmen einleiten, Raider. Was in der Schande. Trifft diese Geschütze. Volker erfasst, Feuer. Oh shit. Komm schon. Scheiße sind wir besiegt. Wo hast du das Ding gemacht? Ich drehe um und versuch's nochmal. Leid bei ihr, Ethan. Wir wurden erfacht, Sir. Teuch, Körper einsetzen. Gegenmaßnahmen raus. Die Kanone anvisieren 1-2. Töpfer, kein Effekt. Alter, das Ding ist ein Monster. Ziel wurde nicht beschädigt. Was läuft hier für eine heftige Scheiße. Retribution, Rückzug, Rückzug. Retribution geht auf Abfahnenkurs für taktische Kollisionen. Nein. Sie haben in das Schiff. Nein. Kollisionen nicht ausführen. Befehl des Captains 1-1. Einschränkst du vor. Oh mein Gott. Nein. Trifft. Das war doch Selbstmord. Das war doch eben gerade Selbstmord. Ihre Retribution haben mehrere Verletzte an Bord. Alle Stationen. Retribution ist in Schwierigkeiten. Beschuss auf Superträger konzentrieren. Tigris greift an. Alle Skars. Nahbeschuss. Sie zählen sich zurück. Dranbleiben. Sie sind gesprungen. Alle Stationen. Achtung. Feind hat sich zurückgezogen. Einsatzbereich sicher. Die Olympus hat die Flotte übel zugerichtet. Zurück zur Basis. Flick zur Retribution. Führ uns rein. Verstanden. Retribution. Skar 1 erbittet Landeerlaubnis. Bestätigt. Landeerlaubnis erteilt. Landebahn 2 Lima. Verstanden. 2 Lima. Wir kommen rein. Warten auf Verfassung. Bereithalten. Oh Mann. Was für ein Manöver. Das Rammen. Aber sieht noch ganz gut aus. Hat es relativ gut überstanden. Wir sollten zurück zum Chef-Lieutenant. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Charlie Delta bestätigt. 1-1 an Retribution. Was zum Teufel ist da passiert, Gator? Mehrere Verletzte beim Crash-Manöver, Sir. Ich brauche hier drüben eine Trage. Lieutenant Reyes, wir brauchen Sie hier oben. Sofort. Brücke Hände. Ist das angekommen, Sword? Ja. Wir haben große Probleme, Reyes. Salt, alles okay? Positiv. Bei dir? Noch da. Ethan? Ausgezeichnet, Sir. Gibson, holen Sie uns hier raus. Versuch's, 1-2. Die Leinen sind gerissen. Okay, Sie haben wieder Luft, Lieutenants. Bestätigt. Wir haben Sie, Sir. Verdammt gut, Sie zu sehen, Reyes. Kloos, helfen Sie ihm. Der Jekyll muss zur Wartung, pronto. Ja, ma'am. Hab meine Überdosis Ärger, Sir. Patty Officer First Class Ethan, das ist Gibson. Airboss, der Red. Willkommen auf der Red. Was davon übrig ist? Was hat Alder sich nur gedacht? Feuer, Feuer, Feuer. Strategische Manöver, die Sie sich an meiner Sonnstufe letern. Sagen Sie der Brücke, dass wir raufkommen, um Captain Alder zu sehen. Die Brücke ist seit dem Angriff abgeriegelt. Ethan, bleib bei Gibson. Tu, was sie sagt. Wir müssen freimachen. Okay, das Schiff hier ist ganz schön mitgenommen. Es sah von außen gar nicht so heftig aus. Aber sehr, sehr viele Menschen sind hier verletzt. Na dann, auf die Brücke. Wie sieht's aus, Boss? Wie viele sind zurück? Scar zwei sind im Netz. Ansonsten, nur sie. Das ist keine Übung. Verdammter Mist. Nur wir beide. Alle anderen tot. Sieh dir das an. Reden wir mal mit dem Captain. Wir opfern nicht die Crew, wenn wir überrannt werden. Gehen wir zur Brücke. Ich brauche hier eine Injektion. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Scheiße. Sie haben was? Sie haben uns. Aus der Parade wird wohl nichts, was, Lieutenant? Sieht so aus. Augen offen. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Tja, nur noch wir beide sind übrig. Die anderen sind alle gestorben. Und wer weiß, vielleicht war der Tackle... Ich hätte ihn nicht schnappen sollen. ...das Einzige, was uns retten konnte. Ich hatte eine Blutgasanalyse. Ein Captain schützt seine Leute, Salt. Notfalls durch Rückzug. Eingang blockiert. Wir müssen ihn räumen. Tja, aber durch dieses Manöver... ...leben vielleicht jetzt überhaupt noch Menschen. Wer weiß, was sonst passiert wäre, ne? Na komm. Ich helfe Ihnen, Lieutenant. Staff Sergeant Nummer. Keine leichte Entscheidung für Ihren Captain. Kostete uns gute Männer. Hätte nicht passieren dürfen. Nicht so. Bei allem Respekt, Lieutenant. Es war seine Pflicht. Der Feind zog sich zurück. Der Captain muss seine Männer nach Hause bringen, Staff Sergeant. Nicht immer, Lieutenant. Nicht immer. Platz machen für den Captain. Wo ist der Boat? Wo ist Captain Mulder? Gleich hier, Sir. Gator. Der Captain ist tot. Mit dem Schiff untergegangen. Erster Offizier? Lebt auch nicht mehr im Hemm. Eine Folge der Kollision? Ja, Sir. Wer hat das Kommando, Gator? Als ranghöchster Offizier an Bord? Sind Sie das wohl, Sir? Zerstöre Tigris Dog Tuttle an und will an Bord. Verstanden. Was ist mit dem Radar? Witzig noch, Sir. Die Raven-Transporter zur Evakuierung. Ich will die Gefallenen abtransportieren. Sprungoffizier, machen Sie uns schnellstmöglich flugtüchtig. Roger, Technikerin McCullum ist auf dem Weg. Staff Sergeant, können wir auf Ihre Hilfe zählen? Was auch immer Sie brauchen, Lieutenant. Salt, kommst du mit? Natürlich. Gator, kontaktieren Sie den Admiral. Roger. Komm, Offizier. Stratcom Admiral Reigns. Roger. Tigris, Captain am Deck. Captain Farron. Lieutenant, wer hat das Kommando? Lieutenant Reyes, SCAR-Teamleiter. Captain, Ihr Schiff und die Crew? Intakt. Sir, Admiral Reigns ist in der Leitung. Durchstellen. Captain Farron. Ladies, Gentlemen, schön, Sie zu sehen. Sir. Ich möchte den Ernst unserer Lage klarstellen. Wir befinden uns im Krieg mit der Siedlungsdefensivfront. Dank Captain Olders Gewalteinsatz konnten wir den Feind zurückdrängen. Im Moment sind die Tigris und die Retribution die einzigen operativen Schiffe. Unser Ziel wird es sein, der Erde Zeit zu verschaffen, während wir die Flotte aufbauen. Verstanden, Admiral. Tigris einsatzbereit. Der heutige Angriff galt nicht bloß Genf. Die SDF führte gleichzeitig einen Angriff auf dem Mondportalhafen. Und die Frachtterminals empfangen wichtige Fracht für den Wiederaufbau. Wir müssen ihn zurückerobern. Lieutenant Reyes, ich befördere Sie hiermit zum Commander. Sie sind ab sofort der Captain der Retribution. Verstanden, Admiral. Wehren Sie den Feind ab. Viel Glück, Captains. Brains Ende. Wir haben kein Geschwader. Dann gehen wir ohne. So machen wir das bei der Infanterie, Lieutenant. Wir bringen die Marines mit der Retribution rein. Ich überwache alles von der Tigris. Dann an die Arbeit, Captain Reyes. Bleiben Sie wachsam. Sie alle. Sie auch, Captain. Das wird keine leichte Aufgabe, Captain. Wir haben nur wenige Soldaten und Waffen. Lieutenant Salter und ich kommen mit Ihnen. Das ist ein Bodenangriff. Der Captain gehört auf die Brücke. Nicht dieser Captain. Nicht heute. Die Marines voraus. Sie kommen mit uns und genießen die Aussicht. Treffen auf dem Tiefdecken 5, Staff Sergeant. Okay. Legen Sie los, Gator, Mondportal. Aye, Sir. Setze kurz. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats. Für den unburgsamen Captain John Alder. Der Captain ist tot. Lang lebe der Captain. Panic. Ja? Du schaffst das. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von dir in Horror? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment. Gut. Ich bin der neue Captain. Tja, das ging schnell. Ich bin schnell in der Karriere aufgestiegen. Was haben wir hier drüben? Die gesuchten Primärziele. Die Todesliste. Die beiden hier kennen wir schon. Und die anderen? Unbekannt. Status unbekannt. Über die wissen wir noch nichts. Okay, die müssen wir alle umbringen. Befehle vom Rat oder von Einzelpersonen. Aha. Schiffe verbunden. Herausfinden wie. Also der Mars. Die Marskolonie will uns die Erde fertig machen. Computer. Keine Spracherkennung. Schwach, Computer. Schwach. Was haben wir hier? Waffenkammerkontrolliere. Achso, Waffenkammerkontrolle. Die Brücke. Okay, bereit für den großen Tanz? Aber immer doch, Fliegers. Okay, also Admiral Raines, ein sehr weiser Mann, hat angeordnet, dass... Wirst du jetzt etwa zum Schleimer? Du schleimst dich ein. Das ist die Navy. Also sehr wässriger Schleim. Darf ich fortfahren? Bitte. Vielen Dank. Im Zuge des vom Admiral erlassenen progressiven Kommandodekrets beinhaltet unser Evaluationsprozess ein Interview durch einen Truppkameraden lateral im Ranges. Nimm diesem Fall meine Wenigkeit. Ich weise darauf hin, dass auch ich mein Gespräch mit dir aufzeichnen werde. Also sieh dich vor. Und benimm dich, Lieutenant. Verstanden. Sprechen wir über deinen disziplinarischen Bericht. Lieber nicht. Es steht auf der Liste Salt. Also gut. Es gab Probleme mit Major Kenny. Major Kenny war ein elender Angeber, den man ins Gehirn geschissen hat. Und seine Frau war eine eingebildete Schlampe. Oh Mann, das werde ich hier ausschneiden müssen. Mach's halt. Nun, erzähl uns einfach die Schlangenscheiße-Geschichte, um zivilisiert zu bleiben. Ja, das wirst du rausschneiden müssen. Ich weiß. Gut. Ich höre, wie dieser Kerl in der Bar erzählt, dass er den Rekord fürs Tieffliegen hält und unter Schlangenscheiße durchfliegen kann. Also mische ich mich ein. Natürlich tust du das. Und ich sage ihm, dass er den Rekord fürs Tieffliegen höchstens einstellen kann. Weil man am Ende nur landet. Bingo. Ich sehe den Kerl dann am nächsten Morgen auf dem Weg zum Transporter und sage, Guten Morgen, Schlangenscheiße. Und er antwortet, es heißt Major Schlangenscheiße, Lieutenant Salter. Und das war Major Kenny. Ganz genau. Wir kamen fortan nie miteinander aus. Äh, du bist im Tiefflug über den Garten seines Hauses in San Anselmo geflogen, während seine Frau den Club der Offiziersfrauen empfing, Salt. Ich wollte nur selbst das Tieffliegen üben. Es muss wohl ziemlich viel Chaos angerichtet haben. Du hast die Fluglizenz verloren. Mehrmals. Als der Major sich zur Ruhe setzte, unterzeichnete er noch das Gesuch nach meinem Distinguished Flying Cross. Er ist wohl drüber hinweggekommen. Wieso sollte man dich wieder ranlassen? Ich habe alles, was man braucht. Kann Risiken einschätzen. Mein Multitasking ist einfach unschlagbar. Und ich hole das Maximum aus mir und der Ausrüstung raus. Wenn es brennt, komme ich zum Löschen. Das ist mal klar. Ich habe keine Einwände. Auch besser so. Na schön. Ich glaube, ich bin hier fertig. Okay, Reyes. Jetzt du. Ich bin nicht so nett wie du. Verstanden, Fieber. Okay, das war's. Oder kommt da noch irgendwas? Denn die Anzeige läuft hier noch ein bisschen durch. Oh, hier. Einsatzbericht. Personalakten. Ziemlich umfangreich. Sagen wir es mal so. Und ja, natürlich sie, Latina. Sie, total tough. Sie schlägt jeden Mann. Sie, Killerbraut, die am Ende dann wahrscheinlich mit den Arsch rettet, verwundet ist und wir sie rausschleppen oder wir unser Leben für sie opfern. Was ich garantiert niemals so machen würde. Nicht wahr, Jungs? Kommander, klar zum Sprung. Kurs ist gesetzt. Wir können auf Ihren Befehl springen, Sir. Gator, du bist ein guter. Ich mag dich. Also, in der nächsten Folge werden wir springen. Vielleicht sehen wir die nächste Folge heute. Vielleicht gibt's morgen eine Doppelfolge. Das liegt bei euch. Danke fürs Zusehen. Es fühlt sich halt ganz anders an, als die CODs davor. Aber ich persönlich, ich persönlich bin dafür offen. Und wieso nicht? Also, bis zur nächsten Folge. Bleibt mir treu und... Tschüss!